Ja, hier ist der Holger Hitzler. Grüße Sie, Herr Hitzler. Ja. Hier spricht Julia Koch. Ich rufe Sie von der Gewinnausschüttung aus Frankfurt an. Ja. Sie hatten sich vor kurzem bei uns für ein kostenloses Gewinnspiel regelt, Herr Hitzler. Das ist doch für ein Nintendo 64 gewesen. Genau. Es hat bei Ihnen geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sie haben einen Wertgutschein in Höhe von 1000 Euro gesichert, Herr Hitzler. Herzlichen Glückwunsch erst mal. 1000 Euro? Ja. Oh, vielen Dank. Gerne. Die Finalziehung findet heute in drei Monaten statt. Wir haben 20 Gewinner und 20 Preise. Sie gehen mit dazu. Oh, toll. Ich rufe Sie bezüglich der Finalziehung an und möchte Ihnen gerne die Preise nennen, Herr Hitzler. Ja. Wir haben 5 Hauptpreise und 15 Wertgutscheine. Der erste Preis wäre 76.000 Euro. Oh, der zweite 25, der dritte 10, der vierte 8. So viel Geld? Der fünfte 10. Ja, Herr Hitzler. Das ist toll. Vierter. Ich habe noch nie viel Geld besessen. Das ist ja, Herr Hitzler. Ich finde das schön, dass Sie so viel lachen. Es gibt zu wenig freundliche Menschen auf der Welt. Ja. Ja, ist aber... Ja. Okay. Herr Hitzler, der fünfte Preis sind 4.000 Euro. Die Preise 6 bis 20 sind verschiedene Gutscheine im Wert von 1.000 Euro. Ja. Das ist Ihr Gutschein. Das ist in Form von Revenetto, Amazon, H&M, Mediamarkt. Und so ist ein Gutschein, je nach Platzierung. Oh, ja. Ja, Herr Hitzler, ähm, weil Sie es in die Finale Runde geschafft haben, bekommen Sie mal ein Geschenk von uns. Das ist eine Wienerreise für zwei Personen für vier Tage im Wert von 400 Euro. Eine was, bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Was für eine? Eine Wienerreise. 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 Was ist die Stadt? Das ist nur ein Geschenk für Sie. Ach so. Ach, die, ja, ja, da bin ich mal gewesen, aber ich kann mich nicht erinnern. Wieso? Da war ich noch ein Baby. Okay. Ja. So, ja, jetzt können Sie ja nochmal hinreisen. Das ist viele Jahre her. Okay. Ja. Alles gut mit Ihnen, Herr Hitzler? Ja, ich freue mich sehr. Das ist sehr schön. Ja. Herr Hitzler. Und was ist jetzt mit dem Nintendo 64? Weil das war der Grund, warum ich da mitgemacht habe. Ja, den bekommen Sie auch, Herr Hitzler, zu den Preisen mit dazu. Alleine bei diesem Telefonat bleibt es natürlich nicht. Ja. Vor der Zeit bekommen Sie von uns Postvereinschreiben, wo ein Internet blinkt mit Ihrem persönlichen Passwort, wo Sie alles über die Preise durchschauen können. Ja. Darin sind auch unsere Kontaktdaten mit drin. Das wird an die von Ihnen angegebene Adresse geliefert. Das ist am Filmlager 81 12555 Berlin. Ist das richtig, Herr Hitzler? Ja, das ist die Hauptstadt. Ja? Ja. Wie heißt das Passwort? Ich habe Sie nicht verstanden. Wie heißt das Passwort? Passwort? Ja. Sie haben gesagt, ich brauche ein Passwort. Das möchte ich aufschreiben. Das bekommen Sie per Post, Herr Hitzler. Ja, und wie lautet das? Das weiß ich selbst nicht. Das ist Ihr persönliches Passwort und das bekommen Sie, wie gesagt, persönlich per Post zugeschickt. Ja, aber der Postbote ist nicht vertrauenswürdig. Der öffnet die Briefe. Okay, dazu kann ich ja nichts machen, Herr Hitzler. Ja, können Sie mir das nicht sagen? Nein, kann ich nicht. Ja, das ist sehr schade. Ich weiß es selbst nicht. Okay, in Ordnung. Ja. Herr Hitzler, ja, wie gesagt, ich muss jetzt einen Datenabgleich mit Ihnen machen. Sie sind am 7.3.1978 geboren. Das ist richtig. Das ist schön, okay. So, Herr Hitzler, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage an Sie, und zwar, wohin mit den Gewinnen? Den Bargewinne zahlt der Notar innerhalb von 24 Stunden nach der Finalsierung auf ein deutsches De-Paar-Konto aus. Daher ist es sehr wichtig, mit welcher Bank Ihres Vertrauens arbeiten Sie denn zusammen? Können Sie bitte nicht so schnell sprechen? Ich kann nicht so schnell folgen. Ja, mit welcher Bank arbeiten Sie zusammen, Herr Hitzler? Ich arbeite bei einer Gartenfirma, nicht bei der Bank. Haben Sie kein Konto? Doch, aber ich arbeite da nicht. Nein, Sie müssen da auch nicht arbeiten. Mit welcher Bank Sie zusammenarbeiten? Stadtsparkasse. Das ist die Stadtsparkasse, ja. Für die Gewinnbestätigung braucht ich auch einmal die E-Bahn-Nummer, bitte, Herr Hitzler. Das ist die Filiale 349. Herr Hitzler? Ja. Alles gut mit Ihnen? Ich freue mich sehr über den Nintendo. Okay, das ist sehr schön. Ja. Aber warum stottern Sie gerade? Meine Mama sagt, ich bin ganz besonders. Das sind Sie auch. Ja, darum ist das auch in Ordnung, wenn ich nicht so spreche wie andere Menschen. Ja, aber warum stottern Sie? Am Anfang war das ja nicht so. Ich freue mich sehr. Oder wenn ich wütend werde, aber ich bin nicht wütend. Ich freue mich. Sie freuen sich, das ist ja schön. Ja. Okay, ähm, ja, Herr Hitzler, äh. Die haben, wenn, weil man kann das ja heute nicht mehr kaufen. Wo kriege ich die Spiele für den Nintendo her? Äh, im Internet, bei Saturn. Aber bei der Nintendo 64 wird schon ewig nicht mehr hergestellt. Darum will ich den ja haben, weil ich habe einen Retro-Games-Kanal auf YouTube und ich brauche den. Herr Hitzler? Atari Jaguar-Fan 67. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Hitzler. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Und die E-Bahn sollen Sie nicht haben? Ja, wollen Sie ja nicht geben. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Die will ich haben, aber Sie erzählen mir vom Pferd. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Ich wollte Sie nicht verletzen. Es tut mir leid. Nein, Sie haben mich auch nicht verletzt. Wollen Sie mir jetzt die E-Bahn-Nummer durchgeben? Ja, das ist die Stadt Sparkasse Berlin. Ja. Ja. Und dann ist das die Filiale 349. Ja, und die E-Bahn? Das ist 888. Ja. Hallo? Ich höre. Ja. 734. Also fängt mit DE an, Herr Hitzler. Also DE 888? Ja. Ja, und dann? 734. Ja. 916. Moment, also 888. 734. 916. Ja, also nur einmal 916. Nicht, dass Sie das jetzt zweimal aufschreiben. Nein, habe ich nicht. Dann geht das nicht richtig. Ja, ist okay. Habe ich, ja. 423. Ja. 725. Ja. 8, 1. Ja. Ja. Da fehlen noch drei Ziffern. Oh, da war mein Finger drauf. 9, 7, 8. 9, 7, 8. Ja. Ich überprüfe sofort. Mal schauen. Ja. Die stimmt ja nicht. Wie meinen Sie? Ich habe heute erst Geld abgehoben. Wie? Sie haben Geld abgehoben. Aber da stimmt irgendwas, stimmt da nicht. Können Sie noch mal vorlesen, bitte? Vielleicht habe ich mich vertan. Das kann schon mal passieren. Ja, Sekunde bitte. Ich werde Sie jetzt an meinen Vorgesetzten weiterleiten. Moment, der wird das jetzt überprüfen. Vielen Dank. Ja, hallo. Morgen hier. Ja, hier ist der Holger Hitzler. Ja, Herr Hitzler, wie geht es Ihnen? Gut? Ja, ich freue mich sehr über den Nintendo. Und wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Das freut mich sehr. Sie haben eine sehr nette junge Frau, die bei Ihnen arbeitet. Ja, vielen Dank. Mit der sind wir auch sehr zufrieden mit der Vorkommen. Ja, ist die denn böse auf mich, dass sie nicht mehr mit mir reden will? Nein, das hat nichts mit Böse zu tun. Sie versucht nur zu verstehen, was sie jetzt so bedrückt. Ja, Herr Hitzler. Und zwar, es ist ja jetzt so, Ihr Gewinn steht ja schon fest. Ja, der Nintendo. 64. Genau, da haben Sie sich registriert. Aber Sie haben ja auch einen Wertgutschein, den Wert von 1.000 Euro gesichert. Richtig? Wofür denn? Weil Sie sich ja dort registriert haben und die allgemeine Betriebsbedingungen auch akzeptiert haben, am weiteren kostenlosen Gewinnspiel teilzunehmen. Ja. So, und da haben Sie einen Gewinn erzielt. Und die Frau Koch ist hier Ihre Aufgabe, um die Unterlagen wegen Ihrem Gewinn auszuschütten, ja, dem Notar zu vervollständigen, Herr Hitzler. Ja. Ja. Ja, und... Wofür ist der ein Gewinn bekommen? Wofür ist der? Also, der ist in Form von Reise, Rewe, Netto, Amazon, H&M, Mediamarkt, Saturn, Aldi, je nachdem. Äh, okay, also kann man noch gar nicht sagen, wofür der ist. Weil ich dachte, dann kann ich schon mal gucken, was ich mir kaufen kann. Hallo? Ich... Hallo? Taha, aufgelegt! Ja, das war Holger Hitzlers erster Streich und der nächste folgt sogleich. Ja, das war Holger Hitzler.